Mrs. Edward Harris, Sie hätten eine Kriegswitwenrente bekommen müssen und da kam ganz schön was zusammen. Was machst du denn jetzt? Ich kaufe mir ein Kleid von Christian Dior aus Paris. Es ist nie zu spät, seinen Träumen zu folgen. Ein Kleid von Dior ist gemacht, um zu erstaunen. Wie wollen Sie das schaffen? Nutze deine Chance. Ich war selbst lang allein. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das bist du, Beträumerin. Wünsch mir Glück. Mrs. Harris und ein Kleid von Dior im Kino. Untertitelung des ZDF, 2020